Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Frauen und Männer vergleichen sich ja ganz gerne und nehmen sich gerne mal selbst auf die Schippe. Und ich als Gynäkologe möchte jetzt einfach mal die männlichen und weiblichen Genitalorgane ein bisschen vergleichen. Und ich spoiler ein bisschen vorweg, die Männer kommen nicht allzu gut weg und deswegen viel Spaß bei diesem Video. Die weibliche Klitoris ist die Eichel und die männliche Eichel ist die Klitoris. Was meine ich damit? Tatsächlich ist es bis zur 12. Schwangerschaftswoche äußerlich nicht erkennbar. Wir Gynäkologen sprechen gerne von dem Genitalhöcker. Bei männlichen Embryonen sieht es also so aus wie ein Mini-Penis und bei weiblichen Embryonen könnte es auch eine Mega- oder Gigaklitoris sein. Männliches und weibliches Geschlecht sind also bis zur 12. Woche eigentlich nicht erkennbar, auch wenn es chromosomal natürlich schon feststeht. Weshalb wir Gynäkologen auch erst später sagen können im Ultraschall, ob es Männlein oder Weiblein wird. Aber tatsächlich ist rein anatomisch die Klitoris eine kleine Version der männlichen Eichel. Der gesamte Penis ist quasi mehr oder weniger eine verwachsene Klitoris mit einer Harnröhre mittendrin. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Von der Empfindlichkeit her sind sie sich zwar ähnlich, aber nicht ganz. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 2. Die Klitoris ist ungefähr 50 Mal empfindlicher und sensibler als eine Eichel. Das liegt zum einen natürlich daran, dass die Eichel öfter der Umwelt und auch Erschütterungen ausgesetzt ist. Gerade wenn Männer jetzt zum Beispiel keine Vorhaut mehr haben, wird sich da ja eine Hornschicht drauf bilden, sodass die Empfindlichkeit zurückgeht. Die Nervenenden sind bei beiden sehr ähnlich, aber bei der Klitoris konzentrieren sich natürlich die offenen Nervenenden auf eine viel kleinere Fläche. Weshalb die Sensibilität in der Klitoris viel höher ist. Also liebe Männer, nicht behandeln wie die männliche Eichel. Ihr könnt nicht darauf rumschrubben, auf Teufel komm raus, sondern bei der Klitoris sollte man etwas sanfter vorgehen. Nächster Fakt, was auch embryologisch-anatomisch Sinn macht. Männer haben ja nachts oftmals Erektionen. Frauen übrigens auch. Und zwar haben Studien gezeigt, genauso oft. Insgesamt tatsächlich ungefähr eine Stunde, 20 Minuten haben wir Menschen nachts mit Erektionen zu tun. Auch wenn man das beim Mann natürlich offensichtlich sieht, haben Frauen aber auch Erektionen. Was, wenn sie nachts aufwachen und merken, dass ihre Vulva und Vagina einigermaßen geschwollen und gut durchblutet sind, auch merken können. Und wir bleiben bei der Embryologie, weil es einfach so hochinteressant ist. Ihr habt auch sicherlich mal bei eurem Partner oder ihr selbst, wenn ihr ein Mann seid, an eurem Hodensack gesehen, dass in der Mitte so eine Naht ist. Und das Ganze ist einfach nichts weiter embryologisch als zusammengewachsene Vulvalippen. Das sind also die Vulvalippen der Frau, die zusammenwachsen und deswegen wird der männliche Hodensack daraus. Ist so. Als nächstes ein Fakt, den ihr sicherlich auch mal gehört habt oder sogar wisst. Die männlichen Brustwarzen haben einfach keine Daseinsberechtigung. Sie haben keine Funktion. Sie sind einfach embryologische Überbleibsel. Aber bei Frauen gibt es das auch. Und das ist das sogenannte Hymen, was im Volksmund auch Jungfernhäutchen genannt wird. Was ja kein Häutchen ist, was die Vagina nach unten total verschließt. Gibt es auch, aber sehr, sehr selten. Sondern es ist eher so eine Schleimhautfalte, die aber embryologisch ein Überbleibsel ist und keine wirkliche Funktion mehr ausübt. Und jetzt mache ich mir bei den männlichen Kollegen auch keine großen Freunde. Aber es ist so, dass vermutet wird, dass das männliche Y-Chromosom ein kaputtes X-Chromosom ist. Tatsächlich haben ja Frauen zwei X-Chromosomen, die wunderschön aussehen wie zwei Xer. Wenn ihr euch das Y-Chromosom mal genauer anschaut, dann sieht das nicht so wirklich symmetrisch aus. Und es wird vermutet, dass eben da ein Stückchen vom X-Chromosom der Frau abgebrochen ist. Wir sind also eher Wesen, die einen Informationsverlust hatten und deswegen so sind, wie wir sind. Man kann sie lieben, man kann sie hassen, aber wir sind grundauf verschieden. Und das ist, glaube ich, auch unterm Strich gut so. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wenn ihr das nächste Mal einen Hodensack vor euch habt, dann spüre ich euch, denkt ihr genau an diese Szene, wie zwei Vulvalippen zusammenwachsen. Fallen euch vielleicht auch noch lustige Vergleiche ein? Dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich über jedes Abo. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß, bis dann und tschüss. Bis dann!